Herzlich Willkommen Leute zu einem neuen Video. Wie ihr seht heute die Flashbacks von Veko. Zehn Stück habe ich bei Lidl gekauft für 2,99 Euro und für zehn kleine Bombenrohrauber mit richtig hartem Knall und würde ich sagen, da zünden wir gleich mal welche. Wow. Also ein richtig schöner Knall. Zwar hell, aber wirklich dennoch richtig schön hart. Und weil es so schön war, jetzt gleich mal drei Stück. Und jetzt hier noch die letzten sechs. Mal schauen, wie viel ich davon anbekomme. Vier Stück sind es geworden. Also ich bin recht überrascht, wie gut die sind jetzt noch die letzten zwei. Das ist eine echte Kaufempfehlung. Ich denke, die sind besser geworden sogar. Hier seht ihr es nochmal. Lidl Flashback. Also Wahnsinn. Was man da für 2,99 Euro bekommt, das gibt eine richtig gute Kaufempfehlung. Für dich. Untertitelung des ZDF, 2020